Es gab an der Zeit, da warst du einmal voller Power, voller Energie, du warst glücklich, du warst zufrieden, aber langsam kriegst du immer mehr Probleme mit der Gesundheit. Vielleicht fehlt dir die Power für neue Dinge in deinem Leben, die du bringen willst, aber die Einschläge kommen immer dichter, dein Umfeld zieht dich vielleicht sogar immer wieder runter. Und der Job, den du hast, der einmalige Traumjob, wo du dir vorgestellt hast, dass dir ganz viele Leute ihr Geld in deinen Garten schmeißen, hat sich auch nicht erfüllt. Deine Beziehung ist vielleicht auch nicht mehr so, wie es am Anfang mit ihm oder ihr war. Und darüber müssen wir dringend sprechen, denn irgendwie ist alles in der letzten Zeit komisch geworden und ganz anders als gewünscht. Du hast vielleicht schon öfter was Neues ausprobiert, du hast irgendwie versucht im Leben was zu ändern, aber der Erfolg bleibt bei dir aus und alle Seminare, die du besucht hast, alle Motivationsbücher, die du in dich hineingezerrt hast, sie bringen nicht den gewünschten Erfolg. Und du fragst dich immer, warum ist das so? Warum macht mir das Leben permanent einen Strich durch die Rechnung? Und wenn das alles auf dich zutrifft, dann bist du heute hier richtig, weil es fängt langsam in dir an zu zweifeln und du brauchst irgendwie jetzt etwas Neues. Und du wunderst dich, warum vieles bei dir vielleicht nicht funktioniert. Aber warum ist das so?